Mein Name ist Roland Denkler. Ich bin von der Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft und wir haben hier eine Schulung für die Personen, die nebenbei Landwirtschaftlern, für die Bieler Leute zum Sachkunde-Tiertransport. Darum geht es eben, dieses Grundverhalten der Herrentiere bewusst zu nutzen. Ich bin auch von der Berufsgenossenschaft und wir kriegen immer wieder die Unfallmeldungen, dass Kühe angreifen und das ist ein Unfallschwerpunkt im Umgang mit Rindern und es kann so weit kommen, dass sie auch tödlich verletzt werden. Und da wollen wir die Landwirte sensibilisieren, dass die die Tiere lesen, damit man ja stressarm umgeht. Wir haben da auch ein Tier verladen und da wollen wir ihm aufzeigen, dass das mit Technik auch stressarm zugeht, damit das Tier das macht, was wir gerne möchten.